Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir einen NVIDIA Grafikkartentreiber installieren und somit natürlich auch aktualisieren können. Ja, ich will dieses Video eigentlich so kurz wie möglich halten. Dementsprechend würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt an. Und zwar suchen wir dafür einfach einmal nach NVIDIA Treiber Download. Ich packe euch den Link dazu, aber ansonsten natürlich auch nochmal ganz oben in die Videobeschreibung. Hier haben wir schon offizielle Treiber von NVIDIA. Da gehen wir dann einmal drauf und dann müssen wir genau unsere Grafikkarte hier einmal auswählen. Falls ihr das allerdings nicht auswendig wissen solltet, dann könnt ihr hier über diese Suchleiste einfach mal den Gerätemanager öffnen. Und dann habt ihr hier viele verschiedene Informationen über euren PC oder Laptop. Hier haben wir dann den Punkt Grafikkarten. Dann klicken wir einfach einmal auf diesen Pfeil hier und dann wird euch nochmal genau eure Grafikkarte hier angezeigt. Produkttyp ist bei mir GeForce. Dann die Produktserie ist bei mir die 16 Series. Das müsst ihr dann, wie gesagt, einfach bei euch eventuell nachgucken. Ich habe nämlich die GTX 1660 Super. Die ist dann hier direkt ausgewählt. Ich habe Windows 10 64-Bit als Betriebssystem-Download-Typ. Da könnt ihr dann im Prinzip immer diesen Game-Ready-Treiber auswählen. Da gibt es ansonsten noch den Studio-Treiber. Aber ich würde hier, wie gesagt, das so ausgewählt lassen. Sprache natürlich Deutsch. Dann klicken wir einmal auf Suche und dann hier einmal auf Herunterladen. Hier klicken wir dann nochmal auf Akzeptieren und Herunterladen und wählen dann einfach irgendeinen Speicherort aus. Ja, da ist der Download dann auch schon fertig. Wir öffnen das Ganze also einmal, denn es reicht nicht, wenn wir uns das einfach nur herunterladen. Sondern wir müssen diesen Treiber dann zusätzlich auch nochmal installieren. Wie gesagt, öffnet also diese heruntergeladene Datei einmal. Jetzt kommt hier noch die Meldung, dass eben Änderungen an unserem Gerät vorgenommen werden. So wie man das ja schon kennt. Da klickt ihr dann natürlich einmal auf Ja. Dann müssen wir nochmal kurz einen Speicherpfad auswählen. Klickt da in der Regel einfach auf OK. Und dann wird das Ganze hier eben nochmal heruntergeladen. Hier müsst ihr dann auswählen, ob ihr zusätzlich auch noch GeForce Experience installieren wollt. Im Prinzip reicht auch nur der Grafikkartentreiber. Ich wähle jetzt aber einfach mal beides. Dann klicken wir hier unten auf Weiter. Hier würde ich euch immer empfehlen, die Express-Variante zu wählen. Wieder auf Weiter klicken. Ja, das Ganze dauert dann also nochmal so 2-3 Minuten. Und dann sind wir auch schon fertig. Wenn ich euch mit diesem Video also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ciao. Ciao.